Heute möchte ich dir mal zeigen, wie man Schmerzen loslassen kann. Ich kann dir nichts versprechen, aber das ist eine Möglichkeit. Ich mache das eben oft, wenn zum Beispiel ein Triggerpunkt nicht so schnell oder überhaupt nicht nachgibt. Ist bei meinen Patienten immer, wenn ich an Verspannung gehe, vor allem hier, aber auch an anderen Bereichen des Körpers, dann möchte ich, dass wir, wenn wir mit 100% Anspannung beginnen, nicht aufhören, bevor wir nicht auf 30% runter sind. Ich werde zunächst ein physisches, ganz praktisches Beispiel und anschließend ein emotionales, gedankliches Beispiel dafür geben, wie man mentalen Stress loslassen kann, nach demselben Prinzip. Also, nehmen wir mal an, du hast im Bereich des Kiefergelenks, da gibt es ja so einige Punkte, die viel Spannung haben. Da kannst du einfach mal gucken, ob du so einen findest. Hier, ja, ganz richtig, dich reingraben und das ist schön unangenehm, ein Fall fürs Loslassen. Du nimmst jetzt einen der Punkte, der nicht so ohne weiteres weggeht. Du drückst den und stellst dir dabei vor, dass durch diesen Punkt der höchsten Anspannung, dass du durch diesen Punkt einatmest. Und wenn du ganz tief in deinen Bauch durch diesen Punkt eingeatmet hast, also du atmest von da aus ein bis in deinen Bauch und dann lässt du durch den Ausatmen, durch den Mund, alles los. Alles los, ja. Machen wir mal gemeinsam. Ich habe hier einen gemeinen Punkt und einatmend durch diesen Punkt der höchsten Anspannung und mit der Ausatmung durch den Mund, alles los. Alles los. Alles. Probier das ruhig mal aus. Nicht nur auf der körperlichen Ebene, auch wenn dich ein Gefühl bedrängt, eins, das du nicht haben möchtest natürlich. Oder wenn du einen Gedanken hast, den du nicht haben möchtest, aber dich damit identifizierst in dem Moment. Einfach durch diesen angespannten Gedanken oder dieses Gefühl einatmen, in den Bauch tief und mit dem Ausatmen alles, aber auch alles loslassen. Dann kommst du aus dem Gefängnis der Anspannung raus. Denn um aus einem Gefängnis zu entkommen, musst du erst mal wissen, dass du drin bist. Nur dann kannst du frei werden. Sei und bleibe entspannter leistungsfähig. hast du Angst gut ges exhausted, musst du Cafe haben?